Die Bücherei, das dürfte Patchouli sein. Patchouli, ich liebe dich mit deinen lila Haaren und deinem Buch. Ah, you are so awesome. Wow, 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 wow. Gut. Die Level werden immer bunter, immer voller, immer tödlicher. Und ab Level 5 wird mir das Spiel unsentratisch, falls ich das erreichen wollte. Okay, okay, okay. Okay, ich hab das sowas von raus. Ich hab das sowas von raus. Ich brauch nur so ein Power-Up. Schon verschwinden die Kugeln. What the frick? Damit hab ich nicht gerechnet. Wow. Ich hab wieder blaue Kästen für ein Leben bekommen. Das ist gut. Ich hab ein sehr gutes Lebenshaus. What the fucking? Heck? Alter, die schießen auf mich. Oh nein, die Bücher kann ich nicht vernichten. Ich weiß es noch. Jetzt muss ich einfach schön ausweichen. Gut, 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 gut. Und, oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Komma Tora oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß seinen Bossnamen nicht. Nooos. Ich werde untergehen. Ich erkenne ihn ja auch nicht in dem ganzen Getöse hier. Gibt's doch nicht. So. Irgendwie hakt meine Slow-Taste. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gut, 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 gut. Ich schaff das. Ich schaff das. I am awesome. I am awesome. I am awesome. Go, 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 go. Überlebt. Komm, 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 komm. Boom, 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 boom. Aha. Nein. Ihr Horenbücher. Oh, sie feiern Laserbeams. Laserbeams. Und gib mir ein Power-Up, damit ich schiebe lieber. Yeha. Gut, 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 gut. Jetzt muss ich so langsam mal gucken, dass ich ein Leben wieder reinkriege. Drei Player-Sterne gefallen mir nicht. Ich hätte gerne wieder meinen vierten. Oh mein Gott. Das sind die What-The-Fuck-Fäen. Ah, die übrigens alle Kugeln verschwinden lassen, wenn sie sterben. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Stirb und lass alle Kugeln verschwinden. Komm, danke. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich auch mit Bomben ein bisschen mehr haushalte. Oh mein Gott. Die kommen von allen Leuten. Die Kugeln, und das ist das größte Problem, verfolgen mich. Und dadurch habe ich nirgendwo irgendwie Sicherheit. Die geben gut blau ab. Die geben gut blau ab. Ich könnte ein Leben bekommen, ich könnte ein Leben bekommen, ich könnte ein Leben bekommen. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Jetzt ist ein Tod. Jetzt müsste Patchy. Nein, es kommt immer noch nicht Patchy. Verdammte Kacke. Das sind hier auch so Tod, 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 Tod. Du bist sicher, Feen. Guck mal, wie viel ich mir da jetzt entgehen lassen muss. Wegen diesen scheiß Feen. So, gut, jetzt müsste Patchy kommen. Kommt Patchy? Ich bin mir nicht... Jawohl, Patchouli Knowledge. Oh Gott, sie feiert Lays auf mich, bitte lass es doch. Oh Gott. Oh, ich liebe das, die Blocked Girl. Jawohl. Nause. Nause. Fuck you. Sterb. Das mit dem Bomben mache ich nur, damit ich die Powerups wieder reinbekomme, weil ich zu blöd bin sonst. Okay, Feuer. Das habe ich nicht so schwer in Erinnerung. Das ging, 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 oh Gott, wenn die langsam da nicht wären. Fuck, ich stelle mich an wie so ein Idiot. Nicht gut. Gib mir meine Powerups wieder rein. Laserbeams in the horse. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Was kommt jetzt? Jetzt kommt... Oh, die Gelben. Oh, die Gelben. Ich erinnere mich überhaupt nicht dran. Ich habe dieses Spiel vor weiß ich nicht wie vielen Monaten das letztes Mal gespielt. Gut, 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 gut. Oh, das war einfach. Äh... Ah, Feuerballs! Feuerballs! Yum, 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 Feuerballs! Wow! Nein! Fuck it! Das gibt es nicht! So schwer ist das nicht! Ja, soll ich doch! So, wo ist mein Power? Wo ist mein Power? Wo ist mein Power? Voll Power! Gut, was macht sie? Ich muss diesen Tösi aus. Reichen! Wenn dann gleich noch was zukommt, ist das die einfache Karte? Gut, das ist... Das ist... Nein, ich darf nichts sagen, ich darf nichts sagen! Es gibt den Let's Play Fluch und er trifft mich nicht! Gut! Und das... Pschschu! Hieß, wir haben ein Leben bekommen! Stage 5! Sakuya glaube ich! It's a yoi! Ich weiß es nicht auswendig! Ich meine, das wäre die Sakuya Stage gewesen. Die begrüßen mich schon ganz nett. Gut. 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 Zack, 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 zack. Punkte. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich muss einfach nur überleben. Gegen Feen. Die feuern auf mich. Boah, jetzt wird's bunt. Jetzt wird's bunt. Jetzt wird's bunt. Du bist tot. Du bist nicht tot und du bist auch nicht tot und du bist auch nicht tot. Holy moly. Holy moly. Sakuya, ich wusste es. Komm her, du kleine... ...kleines Hausmädchen. Mit deinen Messern und Messern und Messern und Messern und Messern und Messern. Okay, 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 okay. Okay, ich hab schon verstanden, Saku, ich hab verstanden. Ich will nicht. Ich will nicht. Fuck, da kam ich nicht anders durch. Oh, die Form ist nicht schwer. Die Form ist nicht schwer. Was sag's euch? Die Form ist nicht schwer. Da. Und jetzt kommt schon ihr Zeitstopp-Dunz, ne? Wow, jetzt kommt erst mal ihr. Ich feuer... Okay. Ich hab drei Continues. Wenn ich Game Over gehe, krieg ich ein Full-Power-Ding. Und hab wieder meine alten Leben und Bomben. Zack. Ich werd meine benutzen. Kein Bock schon mehr zu sterben. Oh, diese olle Hure. Ich hab ein Leben bekommen. Leben. Leben ist gut für all Emero. Und ich glaub, jetzt werd ich sterben am laufenden Band. Ich hab diese letzten Stages. Das sind so schwierig in Erinnerung. Holy shit. Und ich muss mal ganz kurz pausieren. Gut, weiter geht's. Ich hoffe mal, das beeinträchtigt mich nicht. Fuck you. Oh mein Gott. Gut, die hol ich mir. Boah, Sakuya. Sakuya, komm her. Gut. Das Lied ist einfach geil. Entschuldigung, wenn ich nebenher wieder über die Musik rede, aber... Ah, ich riebe es. Boah, Sakuya, komm her. Wow. Rosa Messer und bunte Messer und Form 1 rum. Yesa. Das geht doch ganz gut. Das geht ganz guuuuut. Nein, sie stoppt die Zeit. Sie stoppt die Zeit. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Hier, ich kann gar nichts machen. Ich kann überhaupt nichts machen. Außer dadurch total viel. Fuck you, glücklich. Ich schaff das nicht. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Komm, 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 komm. Ein paar Treffer noch. Meine Güte. Geht doch. Meine Stimme geht wieder so hoch. Das ist nicht gut. Und einige Leute freuen, aber mich nicht. Bomb. Gut, bevor ich sterbe, Bomb. Bomben in den Arsch für sie. Was ist sowas von? Okay. Ich darf mich nicht zweit hinten rein drängen lassen, merke ich gerade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut so. Das ist gut so. Ja. Oh, fuck. Zwei Farben, ne? Zwei Farben. Ha. Sakuya, du bist keine Gefahr. Nein, nicht. Ich musste sagen. Fuck you, bitch. Bitchy, bitch. Okay, Power-ups, 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 Power-ups. Erstmal falsch hinlassen. Okay, diesmal prallen die Messer von der Wand ab. Glaube, ja. Irgendwo von so einer unsichtbaren Wand außerhalb des Screens. Oh mein Gott. Geschafft. Gut, eine Karte noch. Eine Karte noch. Und die. Ein Teil wird grün. Das andere fliegt einfach weiter auf mich zu. So, Bombe. Es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Ich mag sie nicht. Wie schwer. Vor allem dieses Zeitstopp. Und dann ändern die die Richtung. Und ich komme überhaupt nicht drauf klagen. Ah, das hätte ich so geschafft. Gut, das hätte ich so geschafft. Egal. Die ist tot.